Nicht jeder muss weit wegfliegen, um einen schönen Urlaub zu verbringen. Auch in Deutschland gibt es viele schöne Landschaften. Johanna Dufner fährt gern ans Meer, an die Nordsee. Hören Sie, was sie dort so schön findet und warum sie im Urlaub nicht so oft weite Reisen macht. Aber Achtung, sie spricht sehr schnell. Ich bleibe gerne in Deutschland und fahre gerne an die Nordsee. Was gefällt Ihnen denn im hohen Norden? Mir gefällt das Klima, die windige Luft. Es muss auch gar nicht unbedingt immer schönes Wetter und Sonnenschein sein. An der Insel Juist speziell gefällt mir, dass es dort keine Autos gibt. Der ganze Verkehr wird mit Fahrrädern abgewickelt. Und das macht eine Luft aus, die man hier in den Großstädten ja überhaupt nicht mehr findet. Das heißt, Sie bewegen sich auf der Insel mit dem Fahrrad? Ja, die Insel ist allerdings so klein, beziehungsweise der eigentliche Ortskern so klein, dass man auch alles innerhalb einer Viertelstunde zu Fuß erreichen kann. Also so Reisen in die Karibik oder nach Griechenland, das liegt Ihnen nicht so? Also das ist kein Grundsatz, dass ich nicht da hinfahre. Aber für mich ist die Nordsee einfach erholsam, auch weil ich zum Beispiel die Insel Juist seit Jahren kenne. Ich muss da nichts Neues erleben, sondern ich fühle mich praktisch wie zu Hause, nur unter angenehmen, entspannten Umständen. Ich gehe also davon aus, dass Sie die Ruhe lieben im Urlaub. Ja, das stimmt. Viele Leute wollen ja im Urlaub etwas Neues, Exotisches vielleicht erleben. Und ich muss sagen, ich bin beruflich viel auf Reisen und deswegen gefällt es mir im Urlaub besonders gut, das Vertraute wiederzutreffen und alles eigentlich schon zu kennen, mich praktisch wie in einer zweiten Heimat zu fühlen. Frau Duffner will sich also im Urlaub wie in einer zweiten Heimat wie zu Hause fühlen. Und warum? Weil sie in ihrem Beruf viele Reisen macht oder weil sie nicht gerne fliegt? Weil sie in ihrem Beruf viele Reisen macht. Und ich muss sagen, ich bin beruflich viel auf Reisen. Natürlich, jetzt ist es klar. Im Urlaub will sie nicht immer wieder etwas Neues erleben, wie vielleicht Leute, die jeden Tag von früh bis spät im gleichen Büro sitzen. Und was gefällt ihr nun besonders im Norden? Das Klima? Die Ruhe? Die Tiere? Ihr gefallen das Klima und die Ruhe? Mir gefällt das Klima, die windige Luft. Ich gehe also davon aus, dass Sie die Ruhe lieben im Urlaub. Ja, das stimmt. Wiederholen Sie. Und noch etwas gefällt, Frau Duffner. Was denn? Das Vertraute. Wiederholen Sie. Das Vertraute. Das heißt alles, was man gut kennt. Deswegen gefällt es mir im Urlaub besonders gut, das Vertraute wiederzutreffen und alles eigentlich schon zu kennen, mich praktisch wie in einer zweiten Heimat zu fühlen. Für Frau Duffner, die in einer Großstadt lebt, gibt es noch etwas sehr Angenehmes auf dieser Insel. Ja, was denn? Ohne Autos zu leben? Oder niemanden zu treffen, den sie kennt? Ohne Autos zu leben ist sehr angenehm. An der Insel Juist speziell gefällt mir, dass es dort keine Autos gibt. Der ganze Verkehr wird mit Fahrrädern abgewickelt. Und das macht eine Luft aus, die man hier in den Großstädten ja überhaupt nicht mehr findet. Wiederholen Sie. Der Verkehr wird mit Fahrrädern abgewickelt. Der Verkehr wird mit Fahrrädern abgewickelt. Das heißt, es gibt auf dieser Insel nur Fahrräder, keine Autos. Das klingt sehr interessant. Und welche Verkehrsmittel gibt es denn in einer Großstadt? Wie heißt der Zug, der auf den Straßen fährt? Die Straßenbahn. Und was fährt unterirdisch, also unter der Erde? Die U-Bahn. Wenn Sie aus der Innenstadt hinaus in die Vororte fahren, heißt es nicht mehr die U-Bahn, sondern Die S-Bahn. Dann fährt sie auch nicht mehr unter der Erde. Was für individuelle Verkehrsmittel gibt es dann noch? Etwas, was bei jungen Leuten sehr beliebt ist. Für eine oder zwei Personen. Das Motorrad. Gut, jetzt kennen Sie die wichtigen Verkehrsmittel. Es kann im Schnellzugtempo weitergehen. Wenn Sie wollen. Und zwar zur Grammatik. Hören Sie noch einmal zwei Sätze des Interviews. Ich muss ein Nichts Neues erleben. Viele Leute wollen ja im Urlaub etwas Neues, Exotisches vielleicht erleben. Wiederholen Sie. Etwas Neues. Nichts Neues. Sie sehen, man kann aus dem Adjektiv neu ein Substantiv machen. Das funktioniert auch mit anderen Adjektiven. Ein Beispiel. Gibt es etwas Schönes zu sehen? Nein, es gibt nichts Schönes. Machen Sie so weiter. Antworten Sie immer mit dem Gegenteil. Gibt es etwas Interessantes zu lesen? Nein, es gibt nichts Interessantes. Gibt es etwas Kaltes zu trinken? Nein, es gibt nichts Kaltes. Gibt es etwas Exotisches auf der Insel? Nein, es gibt nichts Exotisches. Genug davon. Sie haben es sicher schon verstanden. Im nächsten Interview hören Sie noch etwas Interessantes über ein ganz anderes Thema.